Gut, und der nächste Punkt, den ich mit euch anschauen will, ist nach dem Teil 1, wo wir uns die ganze Sache sehr, sehr intensiv und überordnend mit verschiedenen Blickwinkeln mal angeschaut haben, die Detailanalyse, denn egal wie die Story ist, was uns interessiert, ist der wirkliche Preisverlauf, deswegen hier in Teil 2 der wichtigere Teil, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze sich in den Indizes wirklich äußert. Ja, und beginnen möchte ich wie immer mit dem DAX, ja, der DAX ist nach wie vor im Bull-Bull-Modus, hat einen Allzeithoch generiert, er liegt über der 200-Tage-Linie, aber ich will mit euch den jetzt nicht nur mal in sich anschauen und die verschiedenen Ebenen, ne, der Wochenchart ist ja unser Investor-Bild, der Tageschart ist so der Swing-Trader oder auch das Timing-Bild, sondern wir werden auch auf die Aktien schauen und da habe ich mir kontinental rausgegriffen, weil ich glaube, die sind tatsächlich an einem Punkt, da könnte es jetzt richtig unangenehm werden und das würde die Gesamttendenz ja eher auch mit nach unten ziehen, aber eins nach dem anderen. Beginnen wir mit dem Wochenchart, also das ist der DAX Performance Index im Wochenchart, der Future und hier seht ihr das Allzeithoch, hier unten, das sind die Intermarket-Indikatoren, einmal gegenüber den Anleihen, das ist für mich der wichtigste Bereich, gegenüber den Devisen und gegenüber den Rohstoffen, bei den Rohstoffen nehmen wir keinen Rohstoffindex, sondern tatsächlich Gold, da sind die Signale in der Vergangenheit immer die besten gewesen und das, was wir hier sehen, ist ein zirkulierend im oberen Bereich. Das ist tendenziell ein gutes Zeichen, zumal wir gerade ein neues Hochbekommen haben, ich mache euch das hier nochmal sauber, damit ihr das gut erkennen könnt und trendfolgend könnte man tatsächlich hier auf ein intaktes Trendmuster zur Oberseite setzen, der DAX scheint aktuell stark zu sein in einem starken Trendmuster. Warum glaube ich trotzdem, dass das Ganze zumindest temporär etwas zurückgehen wird, weil, ihr seht hier diese Bewegung, die korrigiert wird, die Bewegung, die korrigiert wird, die Bewegung, die korrigiert wird. Ich glaube, es ist hier tatsächlich ein Muster, das sich etwas zusammenzieht, aus stark werden immer etwas kleinere, aber gleiche Muster und demnach wäre jetzt eine gewisse Korrektur hier jetzt möglich, die dann aber zu einer neuen Entscheidung führt, wenn es nach unten hindurch kracht, dann haben wir ein echtes Problem, wenn die Trendfolge einsteigen, könnte das eine nachhaltige Bewegung zur Oberseite sein und da will ich mit euch mal auf die Saisonalität schauen. Die Saisonalität zeigt nämlich folgendes, wir haben jetzt den DAX der letzten 25 Jahre genommen, einmal mit Trend, einmal ohne Trend und nach einem guten Anfangstag gehen wir in ein sogenanntes negatives Zeitfenster über. Und das korreliert, oder nee, das korreliert nicht, das ist ähnlich, das clustert wie mit den übergeordneten Zyklen. Ich hatte euch ja den 10- und den 4-Jahres-Zyklus gerade gezeigt und die Trefferquote ist 40% auf Long, also 60% auf Short. Deswegen sind Short-Positionen meiner Meinung nach eine interessante Ergänzung jetzt im Trading, zumindestens bis in den März hinein. Und genau das möchte ich jetzt mit euch, nachdem wir eben gerade den Wochenchart uns betrachtet haben, mal im Tageschart mit beleuchten. Ihr habt jetzt den DAX Future im Tageschart, darunter genau wieder dieselben Intermarket-Indikatoren und die zeigen, dass wir in einem überhitzten Zustand uns befinden. Und die Korrektur hier schon läuft. Das, was wir hier sehen, ist aktuell ein Korrigieren auf hohem Niveau. Wenn die Signallinie, also hier die 200-Tage-Linie steigt, kann so auch ein gewisser überhitzter Zustand abgebaut werden. Da die Saisonalität aber tatsächlich eher negativ ist und ich mit Bauernaufständen und diese ganzen Dinge, die ich euch in Teil 1 gezeigt habe, eher glaube, dass plötzlich ein bisschen eher der Vergaufsdruck steigen könnte, sehe ich hier ein gewisses Korrektur-Potenzial zur Unterseite. Und das würde auch diesem Muster hier zeigen. Also wir haben hier so eine Korrektur. Das wäre das hier. Die Bodenbildung ist etwas durchwachsen gewesen. Wir haben einen extrem starken Impuls zur Oberseite und befinden uns jetzt mehr oder weniger in dieser Korrektur. Diese Korrektur würde, wenn sie ans Ausbruchsniveau zurückführt, meiner Meinung nach dem Trendszenario überhaupt nichts schaden. Und das ist aktuell tatsächlich nach wie vor mein bevorzugtes Szenario. Ja, ich mache euch hier nochmal sauber, damit ihr das besser erkennen könnt. Und ist also die ganze Sache überhitzt? Ich glaube ja, es korrigiert gerade auf hohem Niveau. Aber wie man hier so schön sehen kann, die Dynamik lässt nach. Und ich kann mir so einen Dip zur Unterseite schnell vorstellen. Das Ganze möchte ich untermauern mit ein paar Indikatoren, die ich ganz gerne auf der Timing-Seite nutze, gerade im kurzfristigen Bereich. Und da habe ich Folgendes gemacht. Also es ist immer noch derselbe DAX, der DAX Future im Tageschart. Aber wir haben ausgetauscht die Intermarket-Indikatoren gegen die 200-Tage-Linie, die 90-Tage-Linie und vor allem die Bollinger-Bänder. Die Bollinger-Bänder sind ja ein volatilitätsbasierter Indikator. Die zeigen einfach, wann Action ist und wann sich das Ganze beruhigt. Und das, was ich hier sehe, ist eine Verengung dieser Bollinger-Bänder nach einer starken Bewegung. Das bedeutet in der Regel, dass eine neue Bewegung, und zwar eine impulsive Bewegung, ansteht. Diese muss per se nicht negativ sein. Das kann durchaus auch ein Korrigieren auf hohem Niveau sein. Aber weil wir die Saisonalität hier jetzt eben haben mit einem negativen Zeitfenster, sehe ich eine etwas erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ganze nach unten entlädt, auf seine Unterstützungen trifft und dann eben wieder gekauft wird. Oder wenn die brechen, im Prinzip ein ganz neues Krisenszenario vorliegt. Und ja, das Potenzial zur Unterseite ist erst einmal dieses hier. Und da haben wir auch den ersten Short schon ins Rennen geschickt. Den werde ich euch gleich nochmal zeigen. Für alle diejenigen, die aber insgesamt an den Aktien im DAX interessiert sind. Hier seht ihr die DAX-Aktien aus den letzten 130 Tagen. Also was hat den DAX nach oben gehoben? Das war Vonofia, die Deutsche Bank und Rheinmetall. Die waren außergewöhnlich stark. Hier defensiv. Und hier unten, das sind die Aktien, die den DAX eher runtergezogen haben. Das wäre eine Bayer, eine Zalando. Die hatten wir geshortet. Das wäre eine Siemens Energy, eine Merck, eine Porsche. Die Adidas und die BMW sind auch nicht besonders stark. Und hier schauen wir uns jetzt mal an, welche der Aktien in den letzten 20 Tagen besonders stark und welche schwach waren. Und hier ist ein außergewöhnliches Bild. Außergewöhnlich stark haben wir Airbus, Commerzbank, Heidelberg, Materials, MTU, Rheinmetall und Siemens Energy. Hier könnte man durchaus checken, ob der ein oder andere Long-Kandidat schlummert. Hier ist also wirklich Power gerade drin. Und auch stark SAP, Kia gehen, Bayersdorf. Also wir haben hier ein paar Werte, die sind außergewöhnlich stark. Bis runter zur Deutschen Bank. Und selbst Bayer scheint hier tatsächlich sogar, ich sag mal, von den Totgesagten etwas aufzuerstehen. Und schwach bleiben. Das sind alle Werte hier unter 20%. Diese fallen im Ranking runter. Continental, RWE, Porsche, Daimler, BASF, Covestro, Infineon und die Zalando. Und ihr wisst, ich habe mich für einen Continental-Short entschieden. Den will ich euch exemplarisch gerade mal zeigen. Ich habe dazu ein Video gemacht. Aber ihr könnt euch die ein oder anderen Short-Kandidaten, ob es jetzt eine Siemens, ob es jetzt hier eine RWE, ob es eine BASF oder eine Zalando ist, könnt ihr ähnlich angehen. Bei Fallen der Indikation sind Short-Positionen erlaubt. Und als Beispiel habe ich mal Continental herausgegriffen. Hier seht ihr Continental. Ich denke, den Abwärtstrend kann jeder erkennen. Das ist ein Desaster. Nicht nur für den DAX, sondern generell für die Automobilbranche an sich. Und wir hatten ja Continental schon mal geshortet. Hier in dem Bereich. Jetzt hat sich eine sehr starke Bewegung zur Oberseite etabliert. Das Ganze ist überhitzt. Und die Indikation ist fallend. Abwärtstrend, fallende Indikation. Wir können mit einem engen Stop-Loss jetzt hier, ihr könnt die 200-Wochen-Schnitt hier anlegen, einen wunderbaren Short-Trade starten. Zoomen wir auch hier mal in den Tageschart hinein. Hier ist unser Einstieg. Das haben wir über das Video gemacht. Und das Video findet ihr immer noch im Webinar-Bereich oder unter den Zusatz-Trades. Und ich habe mich für dieses Derivate hier entschieden. Das würde ich aktuell auch immer noch verwenden. Und die Idee dahinter ist eben jetzt ein starker, schneller Impuls zur Unterseite. Im Tagesbereich sind die Indikationen lustigerweise tatsächlich sogar noch absteigen. Aber ich glaube, das übergeordnete Bild ist so negativ, dass eine Continental sich hier nicht langfristig gegen wehren wird. Ich habe es im Video besprochen. Solche Bewegungen können sich aber eine Zeit lang auch mal gegen eine Short-Bewegung wehren. Das war bei Continental immer wieder der Fall. Also hier sind wir auch Short gegangen. Hat geklappt. Hat sich massiv gewehrt, um dann doch in den Gewinn zu laufen. Und ein ähnliches Szenario kann ich mir jetzt hier auch vorstellen. Wir haben es so gemacht. Wir sind mit einer Teilposition jetzt hier in den Markt reingestiegen. Und sollte es noch mal so unangenehm gegen uns laufen, vielleicht so hier in dem Bereich, dann könnte man den Short sogar noch mal ausbauen. Ja, alles weitere findet ihr im Video. Und den passenden Short, den wir gewählt haben, den habe ich hier noch mal eingeblendet. Gut, ja, damit bin ich soweit durch. Dann schauen wir zum Schluss noch mal auf das Gesamtkonzept, die Pyramide und wie wir das Ganze angehen wollen in den kommenden Tagen und Wochen. Nach eingehender Analyse bin ich weiterhin zu dem Erkenntnis gekommen, wir werden ausgewogen investiert bleiben. Die Risiken sind nicht so stark, dass ich hier konservativ sein wollte. Das kommt darauf an, wie die Intermarket-Indikationen und der Aktienklimaindex weiterhin agieren. Aktuell bleiben wir also ausgewogen investiert. Von offensiv raten wir eher ab. Das finde ich die aktuelle Situation zu kritisch. Und offensiv sollte man auch nicht werden, wenn der Intermarket-Index so hartnäckig rot bleibt. Und dann wäre die nächste Frage, wie sind wir denn eigentlich so vom Hebel her und auch vom Cash-Beständ investiert? Ich habe es über diese Grafik hier mal versucht, euch bestmöglich zu vergegenwärtigen. Ich hoffe, das hilft euch. Also im oberen Bereich sind wir mit 10% investiert, aber haben auch noch gewisse Cash-Bestände in der Rückhand. Warum? Sollte es zu stärkeren Rücksetzern kommen, wollen wir hier aktiv bleiben. Dann mit 20% sind wir ja ungefähr in den Beimischungen mit dabei. Hier sind wir Long und Short investiert, haben wenige Shorts, aber eben noch viel Cash, womit wir diese Shorts dann eben nutzen können. Aber auch auf der Long-Seite wollen wir Qualität für die nächsten Monate einsammeln. Und unten im Fundament haben wir ein gewisses moderates Puffer an Cash-Beständen. Die wollen wir vor allem in langfristige Aktien investieren. Hier waren wir in den letzten Wochen und Monaten aktiv und haben eine gewisse Cash-Quote uminvestiert. Das haben wir dann über die IVD-Updates gemacht und aktuell haben wir da einiges schon ins Rennen geschickt. Das lassen wir auch als Investition jetzt laufen. Und ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Einen gewissen Puffer wollen wir uns hier weiterhin aufrecht erhalten, damit man Rücksetzer nutzen kann. Insgesamt bleiben wir krisenfest, also ist noch keine generelle Entwarnung gesagt. Und bedenkt, Gold an sich finden wir interessant. Habe ich in den letzten Updates immer mal wieder angesprochen. Gut, zum Schluss nochmal einen Blick auf den Kalender. Nächste Woche wird es zwei Webinare geben. Am 15., also am Montag, wenn wir zusammen auf den Wochenstart ein paar interessante Situationen schauen. Ich werde eure Fragen beantworten, wenn ihr dann welche habt. Und am Freitag gehen wir wieder ins WWA und WWA-Hebel und gucken uns auch die Zusatztrades und sowas an. Wenn ihr Fragen habt, schickt die auf uns zu. Unter der Woche mache ich gerne auch das ein oder andere Video, damit ihr da up to date bleibt. Gut, damit bin ich soweit durch. Ich denke, die Situation ist soweit geklärt. Habe ich gerade in der Pyramide gemacht. Ansonsten wünsche ich euch allen natürlich ein schönes Restwochenende, einen guten Start in die nächste Handelswoche. Und wenn ihr wollt, dann sehen und hören wir uns im Update hier am Montag im Webinar wieder. Bis dahin, alles Gute für euch. Bis dahin, alles Gute für euch.